Hey Leute, hier ist wieder Robin von CraftNapTV und zwar muss ich euch heute leider schlechte Nachrichten überbringen. Und zwar, ich kam heute aus dem Urlaub und da hat Marvin erst mal gefragt und Skype, ob ich da bin. Ich sagte ja natürlich bin ich da und er hat mich angerufen, also ich habe ihn angerufen, weil er würde irgendwas von mir und ich dachte, da rufe ich ihn mal an. Und da hat er dann halt so gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr und so und wir können ja selber weitermachen, es liegt nicht an euch und so. Ja, also, das heißt jetzt, Marvin wird nicht mehr mitmachen bei den Videos. Marvin ist jetzt erstmal nicht mehr in unserem Team. Ich würde mich immer wieder freuen, wenn Marvin wiederkommen würde. Aber, naja. Unsere Videos gehen auf jeden Fall weiter. Jetzt, wo ich wieder da bin, natürlich wieder mehr Videos. Und auf jeden Fall, ich bin dann der Kameramann. Okay Leute, das war es erstmal. Liebe Grüße von uns allen und